bitte jetzt haben wir nicht dass wir nicht dass wir kein checkpoint da bitte nicht jetzt jetzt nicht ich habe jetzt noch mal eine folge der nummer wird es mal eine neue folge starten schon drei folgen sind tatsächlich jetzt in der dritten folge ja das schlimmste ist halt einfach dass die gegner so viel aushalten die aber insel bam 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 insel drei mann weggefallen willst du kommst du kannst du nicht erwischen weil du hinter der tür stehst die ist auch vor die tür bis sofort tot ich bin direkt rechts ich bin direkt der rechts weg an die treppe nicht so sage ich einfach nichts dazu das ist wieder so ein moment wo ich mich dann frage für wen soll das eigentlich spaß machen würde der npc die konsole die das steuert oder sollen wir spaß haben mein gott hat es gesagt alles gut kann sich immer mal wieder auf aber ich habe auch spaß an dem dinge also das macht es war für schon laune wenn man seine geschaffen weil der ehrgeiz da ist das ding zu schaffen du gehst du gehst das meinte ich doch gerade nein das war ich halt selber nein nein ich kann es von hier hinten auf nichts aufrichten aber gehst du rein bist du praktisch super cool ja ich bin direkt da rechts weg ich darf nicht den fehler haben viele eingebaut ich wollte eigentlich davor hat die aber die die büschung zu spät gesehen naja so reich ich habe den oben und muss aber noch einer stehen wir müssen hoch in den zweiten stock oder wie da oben sind noch welche oben auf den dings ist noch einer fast down immer ich habe keine snacks mehr wenn das irgendwie mit jetzt sagen will kommen wir jetzt von hier aus darüber jetzt bin ich mal dort aus dem dünnen das war der zweck ich habe haben alle gegner haben wir das gefühlte oder einer hier so ich versuche mal den heck ich werde beschützen du machst schon du machst schon baby ok kommst du klar baby zum halbwegs macht bitte jetzt da unten keinen blödsinn ja wir sind nicht ohne eier weg gesprengt ja da kommt immer wieder eine von der gleichen ecke welche wo du musst du noch sein die spawnen immer wieder ja hat sie vorhin auch gesagt muss ich gleich rein schreibe und nicht die gut кас gen die incl total Die Frage ist, äh, also schütze dein Team, während es... Okay. Wir müssen einfach nur Baby jetzt beschützen, dass sie den Heck machen kann. Hm. Das ist so schwer hier, ey. Ich kümmere mich einfach um die rechte Seite. Oh, ich hab vorne. Kommst du voran, Yvonne? Ja, ich will. Die Diener zu treffen ist wirklich ekelig. Ganz beworben. Wie sieht's aus? Was geht das denn da, der ist denn da hin? Passt ein bisschen auf euer Leben auf und so, weil wir haben kein Leben mehr. Ja, denn da an. Nochmal wird einer dir sendet hier aus. Was ist denn das, der Hintergrund? Mann. So, warte mal. Die kommen aber auch gerade bis auf uns zu. Wieso, ich bin da hinten, bitte. Warum, ey. So, der ist jetzt gefallen. Alles klar bei dir, Yvonne? Naja, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das doch nicht rüber. Und immer, wenn ich den diesen Punkt habe, dann hat das so extrem. Ja, du wolltest es ja machen. Naja, wie ist klar, verklagt. Soll ich versuchen, oder willst du weitermachen? Wir müssen davon viel Stück machen in der Zeit, jetzt weiß ich noch. Ach, hier und dann noch drei Stellen, oder was? Ja. Oh, ich dachte, das ist das einzigste hier. Das habe ich jetzt auch fast gedacht. Ja, weil der eine hat es gefallen. Das wird doch nichts. Ja, ich weiß nicht. Hä. Ja. Oh, komm. Wie sieht es aus, Ivan? Geht so. Wenn ich die Lose nicht ab, wo ich drüber muss, dann kriege ich die Lose auch nochmal so weiter. Ich kann ja auch schlecht was zu sagen, weil ich weiß nicht, was das für ein Hack ist. Ich kann ja... Wir haben hier scheinbar gerade alles im Griff. Ja, aber die Zeit wird nicht reichen für drei weitere Stellen. Glaube ich nicht. Oh, was ist denn da? Da hat er stolzend. Oh, man, wie sieh doch den Scheiß drin, ich kann mal anrufen. Ah, wir werden die Mission heute eh nicht mehr schaffen. Rang erhöhnt. Der letzte Kugel holt, wenn ich den Typen noch da. Ich bin nicht angenehm, wie sie so viele Punkte auf der anderen Seite. Dein Arsch wurde durchlöchert, dein Schäde genauso. Rang erhöhnt, ich bin Vermittler. Nur das Killen. Naja, klar. Du fliehst nur durchs Killen, aber du gewinnst auch vier durch die CEO, falls der Vater daneben ist. Du kannst immer wieder alle paar Sekunden 20, 200 dp. Okay, das merkst du halt auch irgendwann. Gerade jetzt am Anfang. Ich habe auch noch mal im Grad was geholt. Neun Minuten noch. Wird eh nischt. Wird eh nischt. Was muss ich denn machen? Hacken. Hacken. Aber nicht nur hier, sondern wir müssen da noch drei Stellen schaffen mit der Zeit und das wird halt nischt mehr. Naja, ich gib's auf ey. Das krieg ich nicht hin. Dann lass mich doch mal machen. Okay. Ja. 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 Mhm. Ja. Ja. Naja. Ja. Ja. wie viele leichen die einfach liegen ich will gar nicht sehen wie sie sehen wie wir gilt sie am ende noch gemacht haben auch hier aber jetzt wo ist es das ziel den muss ich da hin die ganzen teile kaputt waren diese blauen so geschafft keine ahnung was ist da so jetzt werden sie aggressiv alter schmiedler es ist es wäre ja ich brauche rückendeckung ich bin da haben wir ankommen wir müssen zum nächsten punkt ich habe ja nicht geschafft ja da muss ich mir nichts mehr suchen da kommst du ja mein freund magst du der zum meister hacker max marcus 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 max ist so einfach schnell weg und da war es halt ganzes magazin also hektisch auf nächster punkt wir hast ja noch zwei noch mehr er wird mir achte oder drüben das ist ein gewiss, dann wird der vertilatoren in diesem Fall mutuelles Assurde Destruction wir können auf das wir können hier drüben und wir können das herausfinden ich habe noch eine gute Runde, die Sash auf alle Hände 360 Fettbewerb wir wollen wir lernen zu gehen oh Eva, hier ist kein Hashing Out kein Resolution wir sind auf unserem Weg und wir stehen zu ihm Puh! 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 Okay, fühlt's! Ich hab echt gut eigentlich vom Punkt her! Puh! Cocksucker! Puh! 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 Three minutes to missile launch. Puh! 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 So. Wie mache ich das jetzt? Ah. Mensch! Mensch Mensch Ich bin doch mal weg ein schuss ja wenn ich ihn zu dem kopf ist leer nehmen ein magazin war das leer ich habe auch was soll das und so man er versuchte treppen auszupaden als da woher schießt sogar durch treppen jetzt bist du hab ihn auf der treffe er hat dann ist er gegenüber ist noch einer kommt aber die nächste vertreten aus mann er bleibt einfach nicht auf dem ding stehen ich drehe das aber der bleibt nicht verstehen das ist das problem werden das immer mehr eine minute noch mann ist es rausgegangen alter ich könnte kotzen das wird nicht mehr immer vergessen immer abhaken und das so probieren beim nächsten mal bitte gleich mich aber keiner weiß was dazu kam das problem ist die gehen halt du drückst du drehst das teil und das dreht sich weiter als du willst das hat einen festen radios sagen die wenigstens wie die rakete startet letzte checks abgeschlossen dies ist der weltuntergang glückwunsch schade die tags nicht dann müssen wir die mission das nächste mal noch mal von vorne machen alles gut ja können wir jetzt hier rausgehen fortfahren das ist nur 32 waren oder sowas war das ist relativ wenig hier war über 50 60 gewesen gedacht ja ist gut dann müssen wir noch mal in der nächsten nächsten folgen versuchen da wissen wir zumindest was jetzt auf uns zukommt dass das das bescheuerte an der sache ist du kannst halt nicht genau das ding drehen dass du tippst an du tippst wirklich schon an und es geht trotzdem weiter als du eigentlich willst dann steht unten sogar noch dreieck drücken für beschleunigende drehung sowas bescheuertes wie gesagt ich kann dir das jetzt natürlich nicht sagen weil ich habe es noch nicht mehr angeguckt du musst praktisch das ist wie könnte da kennst du das spiegel prinzip oder kann sein so ein strahl über spiegel weiterleiten so und du musst praktisch die spiegel drehen dass der strahl in die richtige richtung weitergeht das problem ist du kannst das nicht so genau steuern und tipps wirklich nur ganz leicht an und das ding dreht sich aber viel weiter als du eigentlich brauchst das ging ja ganz gut außer der feine jetzt aber wie gesagt alles ist okay da müssen wir sagen also das baby hat das schon gesagt dass es schwer wird ja ich mache jetzt meine folge und in der nächsten folge sehen wir uns noch nicht wieder und dann probieren wir das ganze nochmal